Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und in diesem Video soll es mal um einen neuen Skin gehen, den ich in Fortnite gefunden habe oder besser gesagt in den Gamefiles, denn dieser Skin sieht wirklich sehr sehr krank aus und die Seite Skin Tracker hat dazu sogar ein Video hochgeladen, wo man den Skin im Spiel sehen kann während eines Gameplays und das finde ich richtig geil und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie wir diesen Skin bekommen, das klären wir in diesem Video. Lasst jetzt schon mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator Code Meta-8 im Gegenstandjob eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Aber dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video und zwar soll es in diesem Video um den Highlife Skin gehen, diesen Skin soll man tatsächlich in Fortnite bekommen und ich spiele euch jetzt mal im Hintergrund einen Clip ein, wo ihr diesen Skin sehen könnt und ihr seht es schon, der ist reaktiv, wenn man das so nennen darf. Also das Ganze bewegt sich irgendwie und es sieht sehr sehr fresh aus. Die Haare sind blau und ja es ist auf jeden Fall kein Skin für Epileptiker muss man sagen. Der verändert so seine Farbe und der hat so ein, also ihr seht es im Hintergrund, ich brauche euch das nicht erklären, weil ihr habt ja alle Augen, der sieht wirklich krass aus. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe ist, wie kriegt man diesen Skin umsonst? Auf der Suche nach einer Antwort habe ich natürlich viele viele Antworten bekommen, aber ob diese Antworten auch wahr sind, darüber möchte ich mit euch in diesem Video reden. Denn es wird in den Videos darüber geredet oder in den Beiträgen darüber geschrieben, dass dieser Skin kostenlos sein soll. Man soll diesen Skin entweder mit einem neuen Handy bekommen oder als Bundle für Twitch oder sonst irgendwas. Das Ganze stand im Raum und ich kann euch eine Sache sagen, Leute. Als Twitch-Skin wird dieses Ding hier auf jeden Fall nicht kommen. Da bin ich mir sehr sicher, denn für Twitch wäre dieser Skin einfach zu wild. Also Epic Games würde sich das Ganze nicht entgehen lassen, das als Nicht-Promo-Aktion zu machen. Denn ja, für Twitch ein Bundle, ein kostenloses Bundle raushauen ist okay, hat aber Epic Games jetzt nicht so viel davon. Und deswegen war ich mir eigentlich zu 99,9% sicher, dass dieser Skin nicht als Twitch-Bundle kommen wird. Die weitere Frage, die man sich hier gestellt hat, kommt vielleicht ein neues Samsung-Handy raus oder vielleicht ein neuer Honor oder Honor Guard Skin oder keine Ahnung, diese Honor Modelle von Huawei glaube ich. Bin ich mir nicht sicher, ich bin da gar nicht in dem Game drin. Aber wird dieser Skin vielleicht mit einem anderen Handy-Hersteller in das Spiel reingebracht? Habe ich ein bisschen überlegt, hätte tatsächlich auch sein können, wie zum Beispiel bei einem Galaxy-Skin, der war ja auch zu wild. Und ja, der ähnelt schon ein bisschen dem Galaxy-Skin, also zumindest von diesen Animationen und sowas. Von den Farben her nicht, ganz klar. Aber dass er so Animationen hat, ist ja beim Galaxy-Skin auch gewesen. Dann dachte ich mir wiederum, ja gut, während der Corona-Zeiten Samsung rausbringe, ich glaube, jede Firma ist gerade mies, mies geschadet. Glaub ich jetzt nicht unbedingt. Dann dachte ich mir wiederum, also dann gab es noch die Theorie, dass dieser Skin einfach in den Shop kommen wird. Und sollen wir mal ehrlich sein, das denke ich am ehesten. Epic Games wird sich das nicht hingehen lassen, weil diesen wilden Skin wird eigentlich fast jeder von euch kaufen. Denn er hat wirklich was Besonderes. Wenn ihr einen Emote macht, wechselt er seine Farbe. Er leuchtet dann richtig, richtig hell und blinkt auch. Und Digga, er ist einfach zu geil. Dann dachte ich mir so, okay, also die Files, in denen dieser Skin gefunden wurde, heißen auch Item Shop. Und deswegen bin ich mir zu fast 100% sicher, dass dieser Skin einfach in den Item Shop kommen wird und nicht kostenlos sein wird. Also egal, wer sagt, dass dieser Skin kostenlos sein wird, denke ich nicht. Meine Meinung ist, ganz ehrlich, dieser Skin wird in den Shop kommen und wir können uns heute im Shop kaufen für 1500 V-Bucks. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, schreibt mir gerne was dazu. Würdet ihr ihn euch holen und wenn ja, dann natürlich nur mit dem Creator-Code Meta-8, ist ganz klar. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like, dann ein Abo da, lasst die Glocke aktivieren und dann bleibt gesund. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.